Also ich weiß nicht, bei der einen Mission, ich weiß gerade nicht mehr den Namen, irgendwie Titan, habe ich 18.000 Dollar bekommen und das war eine, ich weiß nicht, 10-minütige Mission? Ich glaube, auf ordentlicher Rang, boah, ich weiß gar nicht mehr, 36.000, ich kann es aber jetzt nicht mehr genau sagen. 10 Minuten hat die Mission gedauert, 18.000 Dollar. Ja. Okay, die hat jetzt auch im Endeffekt gar nicht so lange dauert. Trotzdem ist ein bisschen wenig Geld. Wenn man die Wartezeit natürlich wegrechnet, wa? Ja, ja. Ach, ich habe noch 2.000 Dollar dazubekommen, wie nett. So. Einzahlen. Gute 8.000 Dollar. Ja. Versteckt man schon die Waffe. Nicht das, äh, gleich wie verrückt wegfahren. Oh, mein Gott. Und war es so schön, war gleich nochmal. Okay. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Auf ordentlicher Rang, 100. Ne. Ich hätte gerne eine Mission, wo ich 25.000 Dollar bekomme. Das wäre praktisch. Ich hätte länger überlebt, wenn ich eine Panzerung gehabt hätte. Auf ordentlicher Rang, 30. Na? Du bist 9. So, erstmal genug Munition kauft. Da habe ich noch genug. Sonst habe ich überall genug. Ah, ha, 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 ha. Okay, ein Team muss alle Wagen zerstören und die anderen müssen es verhindern. Okay. Klingt nicht schwer. Riecht nach viel Geld, aber das habe ich in der letzten Mission auch gesagt. Auf einmal 500.000 Dollar. Naja, das wird es nie geben. Außer ich kaufe es mir. Mit Real Money. Kann man ja auch, ne? Ja, kann man auch. Ich meine, ich finde es ist nicht schlimm, wenn man sich jetzt halt Geld kauft. Das gleiche wie bei Free-to-Play-Spielen, wenn man sich irgendwas, irgendwelche Sachen da kauft. Ja. Was lässt du denn jetzt jeder selber entscheiden, ob man das machen wird? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das machen würde. Weil Spiele-Suche geschlossen. Achso, ja. Achso, ich bin der Host. Ja. Achso. Muss mir schon eines sagen. Dacht mir schon, warum dauert denn das so lang? Warte mal. Ich bin der Host. Ja. Ich kann normalerweise so eine Mission nicht mal hosten. Normalerweise nicht, aber da der ja die anderen, äh, da der der Host ja verlassen hat, bist du automatisch der Host geworden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So, mal schauen. Also wenn... Ja, toll. Einer... Tritt bei, okay. Okay. Also wenn jetzt insgesamt noch drei beitreten, das wäre schön. So. Okay, die sind... Oh, oh Gott. 54. I'm dead. Aber schauen wir mal, wie viele überhaupt beitreten. Ich meine, wenn es so lange dauert, mache ich einfach Spielen. Dann sind wir halt nur zu zweit. Klar. Ja, schon sind zwei beigedritten jetzt. Das ist jetzt eine unfaire Zahl. Das ist ja dann zwei gegen eins. Ja. Nein, zwei gegen zwei. Stell dir mal vor, es machen wirklich 16 mit und 15 sind auf einem anderen Team. Naja, du bist alleine. Ja, wenn dann in einem Team 15 sind, du bist allein. Da schaust du. Ja, ich denke mal, mehr treten nicht bei. Also ich könnte theoretisch jetzt einfach aufs Spielen gehen. Aber ich warte noch. Es ist eh nur noch eine gute Dreiviertelminute. Da könnte ich jetzt nur schnell warten. Tretet bei! Kommt hier rein. In guter Struber. Ja. Ich hoffe, ihr könnt Auto fahren. Ich bin ja gespannt, bin ich im Beschützer-Team oder bin ich ein Kreditbetrüger? Ich kriege mal ja zweitens. Nehme ich einfach mal an. Bin gespannt. Okay, vier Leute. Dachte man nämlich schon, dass es bei vier Leuten bleibt. Also insgesamt. Ich bin ein Verteidiger. Nein! Ich trete ein für die gute Sache. Der Charakter sieht doch irgendwie so aus. Oh nein. Badasses. Wir sind verabschiedet. Aber ich bin Jason. Deswegen. Ich finde immer noch, Rockstar sollte endlich eine Machete einfügen ins Spiel. Wenn es die Maske schon gibt, dann möchte ich eine Machete. Wie einer schaut jetzt zu. Also zwei gegen eins. Yay! Einfacher Kill. Parken am Flughafen. Jason als Polizist. Ja, Jason. Passt irgendwie schon da rein. Irgendwie. Das wäre lustig. Also. Die dürfen nicht kaputt gehen. Na, schauen wir mal. Ich beschütze die Sportwagen. Also es ist doch zwei. Okay. Vielleicht ist noch irgendjemand dazugekommen, der einfach nur zuschaut. Das kann sein, ja. Also noch sehe ich niemanden. Aber die können auch von hier unten auch kommen. Uh, nette Autos. Oh, ich sehe eine verdammt nice Waffe. Wo bist du? Waffe auf Rassismus. Äh, wo bist du? Ach, bist du oben? I'm coming. Wie hoffe ich möchte ich haben? Ja? Wo? Du Sauhund. Ja, schießt die. Wissen du. Hä? Ach. Hä? Ich schieß mal. Irgendein Treffi schon. Ich weiß, sie machen gerade einen Sportwagen nach dem anderen kaputt. Das ist ein bisschen blöd. Sie oder er schießt auch einfach mal. Los, die Autos in Ruhe. Die sind alle weit unten, glaube ich. Ich denke auch, dass die da unten sind. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas explodiert. Hm, ich hab's schon gesehen. Ist das der über oder unter mir? Stürf! Stürf! Jawoll! Ich hab ihn erledigt. Und andere erledigt, lämme ich. Ah, Sears. Don't mind me. So sieht man sich wieder. Der ist noch weiter unten. Sag er mal. Where are you? Hm. Wenn ich's... Ich seh's schon auf der Karte. Der kann doch nicht ganz unten sein. Okay. Doch. Er kann. Den kriegen wir schon. Ja, der wird... Von rechts nach links, da außen rum. Vermut' ich. Wir werden doch einen wohl schnappen können. Du hast dieser Hund. Ah! Nee, doch, 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 doch. Er ist tot. Müsstest du ja nie Missionen, dass wir mal was erledigt sind. Äh? Eigentlich? Waren ja nur zwei. Oder musst du ja erst fünf Minuten dann hier rumlaufen? Ja. Doch, doch, es waren nur zwei. Oder... Ah, okay, warte, ich seh grad die Zeit. Müssen wir die Zeit abwarten. Ah, nächstes Tod. Oder sie haben ein paar Leben. Ich denk mal nur endlich. Bis halt Zeit abgelaufen ist. Dann wird aber natürlich über die meisten Kills entschieden. Wo sind sie? Also das, was ich mach, ist eigentlich mal nicht gut. So wie in ihrer Hin- und Herrennen. Sollte man nicht machen. Ich glaub, ich... ...wollte sagen, weiß, wo der ist. Irgendwo unter mir. Unter dir? Mhm. Hm. Hey, das sieht klasse aus. Sei bisher auch nie hinkriegt. Hey, mein Arsch! Zeigt euch mal! Will euch killen! Ich bin ja hier die ganze Zeit wie ein verrückter Rum, hey. Sag doch mal, wo... Ja, ich hör überall, dass es knallt. Aber wo sind die? Ich hink, glaub ich, komplett falsch. Hab ich's Gefühl. Hm. Ich glaub nicht, dass die anderen, äh... ...dass die schaffen, noch die restlichen Wagen innerhalb von drei Minuten zu verstören. Sag das nicht. Dafür müssen sie an den langen Abend des Gesetzes vorbei. Das schaffen sie nicht. Nicht bei mir. Nicht bei Jason. Das wär ja die lange Machete des Gesetzes. Ja. Ja, Himmel! Macht überall Bomben. Weißt? Bist du Freund oder Feind? Freund. Warte, ich renn mal ganz hoch. Genau. Wird beste sein. Ja. Ja. Das ist jetzt verdammt nah. Das gibt Ballere. Das ist jetzt sehr nah. Ich glaub, ich komm meinem Ziel näher. Schwum. Ich hab ihn gesehen. Stirb. Ha! Jawohl. Er hatte keine Chance. Gegen Jason. Naja, okay. Andererseits. Er muss Jason nicht killen. Ha, ha, ha. Er muss nur Sportwagen mit Luft jagen. Dann ist Jason auch besiegt. Weil er seinen Job verliert. Ha. Gegen das wieder gestorben. Aber es sind jetzt eineinhalb Minuten noch. Es sind noch ein paar Sportwegen. Müssten wir doch hinkriegen. Es sind auf jeden Fall vier Stück. Auf jeden Fall nur. Ich glaub, wären wir 16 Leute. Es wär bestimmt ganz cool. Ja, das würde chaotisch. Ja, das ist auf jeden Fall. Chaotisch cool. Was? Was? Irgendeiner hat was gelabert. Oh. Geld. Im Endeffekt ist es... Oh. Nur hin und her rennen. Ach. Die 50 Sekunden. Das schaffen die nimmer. Ne, ne. Das schaffen sie nimmer. Können sie... Wart mal. Hier? Normalerweise. Ich hätte dachte, er wäre gewesen. Bin bestimmt mindestens schon zweimal an einem Gegner vorbeigerannt. Ohne es zu wissen. Hm. Was denn? Nur noch ein paar Sekunden. 4, 3, 2, 3, 2, 1, Bom. Geschafft. Sind zwar nicht viele übrig blieben, aber egal. Wir haben es geschafft. Und? Wie viel Money? 12.000. Das ist schon viel besser. Naja, die hat ein bisschen mehr gekriegt. Ich sage mal 5... Ne, 12.000. Okay. Weil die hat doppelt so viele gekillt. Hey, aber ich bin keinmal gestorben. Ist mir gerade erst eigentlich aufgefallen. Sieh einmal. Ja, die Aufnahme-Session war gar nicht so... ...schlecht. Erfolglos. Ja, war schon. Hätte schlimmer sein können... ...in Bezug auf Geld. Am Endeffekt... ...ja, über 20.000 Dollar. Gute 20.000. Ja. Da komme ich auf jeden Fall... ...mein Ziel immer näher. So viel brauche ich nicht mehr. Das auf jeden Fall. Ja, also die zwei Folgen... ...haben auf jeden Fall Überlänge. Und... ...ja. Ich habe das stumme Gewehr noch. Das freut mich. Haha. So. Zahlen wir schnell ein. Ich glaube in 12.000 und 10. Ja. Ich brauche jetzt noch... ...knapp 20.000 Dollar. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Beim Auto bin ich mir nicht sicher. Da brauche ich nochmal um die 200.000. Nochmal 200.000. Mhm. Oh mein Gott. Nein. Ich habe die gerade gemacht. Danke. Äh. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen kleinen Break. Mhm. Und man sieht sich in der nächsten... ...Aufnahme wieder. Bis dahin.